Die zu veräußernde gut gepflegte Einzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Speyer. Das Objekt wurde 1993 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Duplex-Garagenplatz. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 37 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 52.400 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017